Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 16. August. Guten Morgen bei Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier. Ich habe wieder zehn Technikthemen für euch vorbereitet. Es geht um Opera, um Snapchat, um DJI, um Samsung SSDs, um Amazon, um Ultimate Ears, um Tado, um Allo und um Firefox. Wir beginnen bei Opera und wir hatten ja die Woche schon, dass Opera Max eingestellt wird. So ein VPN-Dienst, der quasi zum Sparen von Web-Traffic da ist. Opera hat aber noch andere VPN-Dienste, aktuell kostenlos im Einsatz, wo man quasi ganz normal seinen Traffic verschleiern kann beziehungsweise auch quasi in anderen Ländern oder aus anderen Ländern heraus das Internet betreten kann. Jetzt soll es offensichtlich einen kostenpflichtigen Dienst geben. Der lautet auf den Namen Opera VPN Gold, soll 25 Euro im Jahr kosten und quasi mehr Funktionen bieten als der bisherige. Einerseits gibt es mehr Regionen, so zum Beispiel Kanada, USA, Niederlande, Deutschland, Singapur, England, Frankreich und Italien. Und auf der anderen Seite gibt es mehr Speed. Wie sich das auf dem bisherigen Dienst auswirkt, wissen wir natürlich leider noch nicht. Kann natürlich sein, dass der dann eingeschränkt wird. Da werden wir dann sehen müssen, was passiert, wenn Opera VPN Gold tatsächlich offiziell vorgestellt wird. Wir kommen zu Snapchat und die haben es in letzter Zeit ja nicht ganz so leicht. Das Nutzerwachstum ist nicht so wie erwartet, hohe Verluste gibt es ebenfalls, die Börsenzahlen letzte Woche waren nicht so beräuschend. Auf der anderen Seite macht der Konzern jetzt mit einem neuen interessanten Feature auf sich aufmerksam. Das Ganze nennt sich Crowdsurf. Im Endeffekt geht man her und nimmt Snaps aus einer Region, die quasi zur gleichen Zeit kommen und stitcht diese dann zu einem Video zusammen, quasi so eine Crowdsourcing-KI-Lerngeschichte. Ein Beispiel. Man ist auf einem Konzert und viele Nutzer snappen dort die ganze Zeit von diesem Konzert. Snapchat kapiert das in Zukunft automatisch und macht daraus automatisch ein Video. So ist es zum Beispiel möglich, das Konzert mehr oder minder permanent unterbrechungsfrei zu hören, aber aus ganz anderen Perspektiven die ganze Zeit zu sehen. So rein grundsätzlich ein sehr spannendes Feature. Ich glaube nicht, dass sich das bei uns in Europa durchsetzen wird, weil nicht so viele Leute eine Veranstaltung wahrscheinlich snappen werden. Grundsätzlich generell finde ich es aber eine sehr, sehr interessante Idee und das könnte sich durchaus durchsetzen. Aktuell will man das bei verschiedenen Events einfach mal austesten. Bin dann gespannt, ob es dann tatsächlich quasi Crowdgesourced werden kann und zumindest bei amerikanischen Events das tatsächlich automatisch passiert. Wir kommen zu DJI und dort bekommen die Drohnen-Apps jetzt bald einen lokalen Modus. Normalerweise war immer eine Netzwerkverbindung erforderlich und quasi die Daten, die die Drohne aufgenommen hat, wanderten automatisch auch auf den DJI-Server. Das ist bald Geschichte für quasi private Aufnahmen, wo man nicht möchte, dass DJI das irgendwie hat oder dass das irgendwie über die Datenverbindung wandert. Gibt es bald auch eine rein lokale Lösung. Netzwerkverbindung wird zwar dennoch noch quasi benötigt, aber da baut dann eben die Drohne eine direkte WLAN-Verbindung zu dem Gerät auf und das geht nicht über das Internet quasi und wird auch nicht im Internet abgelegt. Wir kommen zu Samsung und die haben heute den Nachfolger der sehr populären SSD T3 vorgestellt. T5 heißt die neue, ist in schwarz und in blau erhältlich. Von den Daten her, ja, im Endeffekt genauso groß und genauso schwer, so ziemlich wie die andere, so wie die letzte. 51 Gramm ist sie nur schwer, 74 mal 57 mal 10 Millimeter. Die Größe gibt es bis zu 2 TB. Preislich, ja, schon durchaus intensiv. Die 2 TB-Variante kostet 850 Euro. Zum Vergleich die 250 GB-Variante 140 Euro. Von der Geschwindigkeit her sehr beeindruckend. Alles so um die 500 MB pro Sekunde, sowohl schreibend als auch lesend. Das liegt vor allem daran, dass die SSD auf USB 3.1 Generation 2 setzt. Wir kommen zu Amazon und die probieren wieder einen neuen Service aus. Der nennt sich Amazon Instant Pickup. Im Endeffekt so Prime Now, nur ein bisschen von der anderen Seite aufgesetzt quasi. Es geht quasi darum, ja, ich kann mir gewisse Dinge rauspicken in der App und die werden mir nachher in einem kleinen Amazon Pickup Shop quasi zusammengepackt und ich hole sie mir direkt dort ab. Das heißt, sie wird nicht geliefert, sondern ich kann sie mir holen, aber da sind wir in einem Store. Da geht es vor allem um, ja, Dinge des täglichen Bedarfs, um Lebensmittel und halt um so gewisse Amazon Basics. Da will man jetzt dann eben diese Pickup Stores neu ausprobieren. Bin schon gespannt. Grundsätzlich finde ich die Idee nicht so schlecht. Wenn es quasi irgendwo in zentraler Lage liegt, wäre es mir teilweise angenehmer, die Produkte abzuholen, als mir quasi liefern zu lassen und dann vielleicht von der Parkstation zu holen. Insofern finde ich das ganz praktisch. Wir kommen zu Ultimate Ears und die haben wir schon angekündigt und auch getestet, dass ihre Boxen bald über das integrierte Mikrofon mit Alexa kommunizieren können beziehungsweise eben den Sprachassistenten von Amazon integriert bekommen. Dem ist jetzt so die Ausrollung für den UE-Mega-Boom und den UE-Boom 2 findet gerade statt. Dementsprechend sprechen diese Boxen jetzt auch Alexa. Sehr praktisches Feature und sinnvolle Erweiterung für die Boxen. Noch dazu kostenlos ist er sehr angenehm für die Kunden. Ebenfalls eine Erweiterung Richtung Sprachassistenten quasi, hat Tado zu vermelden. Die haben ja schon angekündigt, dass sie Google Home fähig werden wollen. Dem ist jetzt auch so. Das Feature wird gerade ausgerollt. Ihr könnt euer Tado-Raum-Demonstart also dann dementsprechend über Google Home mit der Sprache steuern. Wir kommen zu Messengern, bleiben bei Google. Dort gibt es die Möglichkeit jetzt Allo. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Das war so ein Messenger, den Google irgendwie vor einiges Jahr vorgestellt hat und der sich meiner Meinung nach nicht ganz durchgesetzt hat. Aber sofern ihr ihn doch verwendet, ihr könnt Allo jetzt auch im Webbrowser betreiben. Funktioniert so ähnlich, wie das Ganze bei WhatsApp funktioniert. Ihr bekommt einen QR-Code, scannt den auf eurem Computer ab und dann könnt ihr das Ganze auch auf eurem Computer verwenden. Also eben genau wie bei WhatsApp. Einziges Problem an der ganzen Sache. Aktuell funktioniert das nur mit der Android-Variante. Wenn ihr auf iOS setzt und dort Allo betreibt, könnt ihr das noch nicht verwenden. Mal schauen, ob das noch kommt. Ich schließe die heutige Folge mit Firefox. Der wird jetzt in der 64-Bit-Variante ausgerollt. War ja langsam Zeit, dass man dort auch endlich im 64-Bit-Zeitalter ankommt. Seit der Version 42 gibt es jetzt eben auch die 64-Bit-Variante des Browsers. Das war es mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch-Bergfest für die Woche quasi. Wir hören uns dann morgen wieder. Alles Gute und ciao. Hört mehr Geek Talk.